um alle leute wir kommen zu der zweiten folge die kraft 2 mit dabei ist er die die und jetzt aber hat die woher ich kann es nicht die aber gar nicht auf der Umgebung gut verkauft wir haben zwar schafft jetzt nicht gerade eben mit mir geredet muss Bruder bei Kieski es ist auch mehr gewährleistet man geht das ganze Werkzeug gemacht wir können ja aber und er wird sich nicht hoch ja deswegen nicht ja aber egal trotz können wir machen weiter die ist die Sprache mit in der Welt bestimmt ein bisschen ich muss man mit sich den Weg sonst starten in der Stadt er kommt jetzt mal mit Trott nicht hier aber ich soll dies jetzt hat sich wieder die scrim schaut das erz aus dem weg freundin geht er weg ich möchte es nicht liegen ich habe schon gedacht für jeden Silberohr kann man nicht doch können sonst eigentlich nur mit einer Eisenhütte das können wir das hier ist nicht gut wir müssen die Freilassen an demnächst gar nicht was das können das kann ich bin nicht jederzeit doch was 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 ich so schön hier anfinde ist da unten steht jetzt auf die um die Halbbarkeit er hat noch 18 17 doch ein Stück 10 54 Ich hasse nur ne Werkbank dabei, ich mach mal einfach eine Was ich jetzt richtig richtig kacke finde Wo ist diese scheiß Mini Mann, es gibt hier keine Mini-Maps Das ist echt kacke, ne? Du magst doch keine Mini-Maps Ja klar Sagst du mal, ich mag die nicht so Ihr werdet eigentlich Ujo Gewerkschaftsbeswolle, ne? Kritischer Treffer Ich habe immer kritische Treffer gehabt Was war das, ne? Ein schwer? Eine Spitzerkartfach Was und das? Kann man mitnehmen? Alles nur gleich noch umkurz Ja, alles wegzulegen Ihr wartet dann hoch, mach ich das Treffen, ne? Geh mir mit alter Kabel zu tun Ja Alter im Pflasterstein Ja Geh mir das mal Ja Wo? Kannst du mir mal da drauf? So Leute, Leute, für die Farming-Zeiten mache ich, ja, wie gesagt, ähm, die, ähm, mach ich halt, ja, weiß nicht, äh, das mach ich eigentlich, für die Farming-Zeiten. Das ist halt ein bisschen langweilig, aber wir versuchen da halt ein spannendes Thema reinzusetzen Das ist dann, was wir machen Eine Timelapse Nein Und was? Geh mal weg Das geht doch gar nicht Okay, gut, jetzt bauen wir uns die Okay Bordelmann, Stab, 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 Stab So, du kriegst tiefer die Hälfte und tiefer die Hälfte Okay Wer haben wir brauchen wir noch? Äh, ich baue von oben auch, okay Ah, wir müssen, glaube ich eh nochmal einmal, ja, ein Block müssen wir noch abbauen Weil wir müssen immer ein Block abbauen Noch ein Block nochmal abbauen Also von oben Also von oben So Mach's mal, ich mach kurz, wir müssen neu schließen Pass an, Mini-Map Ah, wir müssen neu schließen Verstanden, ich hab Mini-Map verstanden Das du verstehst Das du verstehst Das du verstehst, so Wunderbar Du sagst, das Mini wird Hab dich Guck mal, ich hab nicht das geschafft hab Fertig? Nein, das muss auch noch ein, als ihr muss auch noch dran Guck mal, ein, 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 ein Guck Guck Weil ich, das so ist Guck mal, das so Geil So So Okay, gut, ich baue doch schon noch Du bist nicht ganz fertig Ja, meiner hilfe Ich baue doch noch Leute weg Und jetzt keys So So wie brauchst du das denn? Du musst das von unten, hältst einfach gedrückt und rennst einfach hoch geht das richtig schnell Ja, würdest du dich bitte ums Essen kümmern, anstatt warum zu nörgern? Essen, dann brauchen wir jetzt mal Eis, dann pflanzen wir bei uns an Warte, ich guck mal, ob der Baum daraus gewachsen ist Papaya Baum, der alte und der weiß Papaya sind Ein Papaya Baum ist gewachsen, aber noch keine fertigen Ach, da wachsen daraus Papaya? Mhm, an der Seite wachsen Was ist denn aus Papaya? Warte, dann können wir uns auch einen Apfelbaum machen, indem wir so einen... Ja, ich weiß nicht, Apfel und dann... Bekommt man Äpfel, Äpfel aus, ähm, nur aus Eichenholzbäumen, ne? Ähm, ja, nur aus Eichenholzbäumen, ne? Ähm, ja, glaub schon Ja, sonst eigentlich... Nee, komm mal her, wir müssen noch eins, ähm, oben abbauen Ich weiß, da bin ich ja grad eben schon dabei Ganz weit Du bist ja bei mir hier Ja, ich war... ich war schon mal weit Ich brauche jetzt wieder was... alles zu Jetzt komm ich Ja, ich war ja noch Ich hab noch meine Heft, hier Ich hab dir da... Reinko, Alkohlen hast du denn... Klipp eine halbe Was? Warte, ich kann die noch was geben, hier Hier, 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 hier vor allem der Zufall der Gäste die Werte vor da und zwar das glaube ich dazu ach das ich habe es mir gar nicht auch das ist schon wert als Schöpfung und ich helfe er habe ich nicht ich habe ein Stück weit Koppel essen kann die Karte nicht an hatte ich gewöhnt hat es wird wenn nicht gern dort schon weiter aber auch schon mal drei mal gucken, ob dieser Block von dem bewässert wird und dem Wasser mal gucken, jetzt gleich noch mal hier eins so, ist das nicht so weit weg aber dies neue Anonos das sagt man so, es hat so schönes los nichts besonderes nichts erlebt in der Schule so, wie ja, Schule ist scheiße, ne? immer schön zur Schule gehen ist doch so das war ein Scherz das war ein Scherz das war ein Scherz das war ein Scherz wenn ich jemandem zum Schwänzen ermutige, dann komm ich sofort dann wird umgebracht dann wird umgebracht der Frau ist umgebracht so gut das Problem ist, wir haben nichts zum anfangen ja 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 Eisen verdoppel dich los Leute, Leute, wir haben gleich das erste verdoppelte Eisen komm Eisen bitte bitte Eisen bitte 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 Eisen 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 und 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 ja 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 ich hab ja 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 man Dias oder Eisen komm mal her ja warte ich baue grad immer das Akkentland wo äh hier so ein Teich aber wie fehlt dafür die Samen wo bist denn wo bist denn ich bin und war so ein so ein Plan direkt von der Basis da ist da wo man raus raus geht hinter die hinter die die oh warte ich hab zwei Siege bekommen hier die hast du hast du was das Eisen nicht selber alles jawoll äh cool wer tut's wenn bloß der Trommelskrieg so was vom Stich in Eiersäckchen 2 Eiersäckchen ne ok kannst du weiter sagen mit was baut man diese Slipwaterkacke da ab ok gut wir wir brauchen jetzt eigentlich ich guck wenn die fertig sind was wenn du rechtlich drauf machst und die fertig sind dann ähm also wenn du rechtlich drauf machst und die fertig sind dann kommt mein Herz und dann kannst du einmal was draufladen und kriegst ach ich hab ach ich hab wieder nur einmal was draufladen ach ich hab was man muss hier abbauen aber nicht hier ist ein da hinten ist ein die 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 ich weiß nicht das heißt ich kann sie sagen der Ort heißt etwas mit Tee Tamquart nicht Tamquart doch du meinst der andere Ad B O Ad B O meinst du den? noch nicht ich hab schon den Mod den ich brauche welch ist das? den hier von wie bekommt man dieses letzten und das hier ist das? das hier und so noch eine Spielsage ist alles gut ist alles gut um das ist die das 8 9 6 6 6 9 Silber Fanny ich hab die ich hab absehbar zu uns das ist gut das war das war und zwar ich würde sagen wir bauen uns nochmal so ein weil die sind eigentlich bestimmt ich finde die eigentlich bis jetzt die sind bis jetzt gut die brauchen nämlich gar keinen Strom aber dafür halt Kohle ja das stimmt Holzkohle geht ja auch ich mach es mal ab sie brauchen ich würde sagen wir bauen immer weiter weg die ganzen Bäume ab hier vorne soll so dass es so schön bleiben ok die ähm Kohle sollte jetzt hier überall in den Ösen ist ganz gut also was schon voraus genommen das ist ja normal oder das ist Holzkohle ich habe ich habe es vergessen das ist 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 ich es wird es dann nein kein kein Stahlofen nee der kostet ja hier nur Stein Stein ich weiß welchen der macht aber den brauchen dafür auch nicht nein gib mir die ähm gib mir ähm ich lass jetzt hier nochmal das machen welchen Mod ist der ja ich finde diesen Mod eigentlich ganz cool den was kannst du mal sagen wie der heißt welchen ja den hier von wem dieser Crasher da kommt ja es gibt warte 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 ich hab schon warte 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 sorry ja versteht sie das wir bräuchten auch mal C-A-L-L Gott ach ne ach ne ach ne ach ne ach nee ach ne ach ne ach m das Storps Koffer 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 Stil ich hab schon mal Salz ne es gibt schon Koffer für das Sechte machen Koffer das zu entscheiden Koffer aus zwei gemacht 3 2. ist gar nichts zum Korschen Wart ich hab's hier genommen bisschen Koffer ich lass's mir Silber das sieht hier so schön aus wie ich das nicht irgendwie kaputt machen ok gut ich lass mal an Medium querschen die kann man nicht so machen 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 so ich 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 entschuldige das das und das in der ersten Folge ein paar kleine Lacks kamen weil wir haben die SmartPack halt so lange nicht mehr gespielt und deswegen musste ich halt noch ein paar Einschungen treffen das ist jetzt sehr winzig ist dieses geht bald weg ich hab halt so nicht das hinbekommen das ich hab so nicht hinbekommen das ähm hier richtig einzustellen wo ich einfach zu voll bin das einzustellen und ich weiß nicht mehr wo die Koordinaten sind wo die Koordinaten sind ich kann nicht mehr nach Hause nach Hause soll ich die Koordinaten sagen das wäre halt geil Luna wieso geil nur geil ah ne ich weiß was uns dann geht nach Hause ich so jetzt hier ich hab's ich hab's so ich hab jetzt noch ein bisschen Holz gut ach das macht es auch es gibt auch noch es gibt auch es gibt auch es gibt auch es gibt es gibt es gibt die Menschen die 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 St ich ähm ja bisschen ich packe ein bisschen ein hat sich ein paar ihr altkast und koppert warum hast du einstürzt doch noch und sie schmerzen so an ich würde sagen ich würde sagen Wir kümmern uns nächste Folge dann um die Technik oder um was auch immer. Und ich würde sagen, das war's von der zweiten Folge und erzählen wir's in der dritten Folge. Tschüss.